Leo Trotzki, Bolschewismus und Stalinismus Zur Frage der historischen und theoretischen Wurzeln der Vierten Internationale Reaktionäre Epochen wie die unsere zersetzen und schwächen nicht nur die Arbeiterklasse und isolieren ihre Avantgarde, sondern drücken auch das allgemeine ideologische Niveau der Bewegung herab und werfen das politische Denken auf bereits längst durchlaufende Etappen zurück. Die Aufgabe der Avantgarde besteht unter diesen Umständen vor allem darin, sich nicht von dem allgemeinen rückwärtsflutenden Strome davontragen zu lassen, es heißt gegen den Strom schwimmen. Wenn ein ungünstiges Kräfteverhältnis es nicht erlaubt, die früher eroberten politischen Positionen zu wahren, gilt, sich wenigstens auf den ideologischen Positionen zu halten, denn sie sind der Ausdruck einer teuer bezahlten vergangenen Erfahrung. Dummköpfen erscheint eine solche Politik als Sektiratum. In Wirklichkeit bereitet sie nur einen neuen gigantischen Sprung vorwärts vor, zusammen mit der Welle des kommenden historischen Aufschwungs. Die Reaktion gegen den Marxismus und den Bolschewismus Große historische Niederlagen rufen unvermeidlich eine Umwertung hervor, die sich im Allgemeinen in zwei Richtungen vollzieht. Einerseits trachtet das Denken der wahren Avantgarde, bereichert um die Erfahrung der Niederlagen und mit Klauen und Nägeln die Nachfolge des revolutionären Gedankens verteidigend, auf seiner Grundlage neue Kader für die künftigen Massenkämpfe heranzuziehen. Andererseits trachtet das über die Niederlagen erschrockene Denken der Routiniers, Zentristen und Dilettanten, die Autorität der revolutionären Tradition zu zerstören und kehrt unter dem Schein der Suche nach Neuem weit zurück. Man könnte eine Fülle von Beispielen ideologischer Reaktion anführen, die übrigens zumeist die Form der Prostration annimmt. Die gesamte Literatur der zweiten und dritten Internationale wie ihrer zentristischen Satelliten vom Londoner Büro besteht im Grunde aus derartigen Beispielen. Nicht die Spur einer marxistischen Analyse. Nicht ein ernster Versuch, die Ursache der Niederlagen zu erhellen. Nicht ein neues, eigenes Wort über die Zukunft. Nichts als Schablone, Routine, Trug und vor allem Sorge um die eigene bürokratische Selbsterhaltung. Ein Dutzend Zeilen eines beliebigen Hilferding oder Otto Bauer genügen einem, um Verwesungsgeruch zu spüren. Von den Theoretikern der Kommentaren ganz zu schweigen. Der verherrlichte Dimitrov ist unwissend und banal wie ein Krämer in der Kneipe. Das Denken dieser Leute ist zu faul, um dem Marxismus zu entsagen. Sie prostituieren ihn. Nicht sie interessieren uns jetzt? Kehren wir zu den Neuerern zurück. Der ehemalige österreichische Kommunist Willi Schlamm widmete den Moskauer Prozessen eine Broschüre mit dem sprechenden Titel Diktatur der Lüge. Schlamm ist ein begabter Journalist, dessen Interessen hauptsächlich auf Tagesfragen gerichtet Die Kritik der Moskauer Schwindelprozesse sowie die Aufdeckung der psychologischen Mechanik der freiwilligen Geständnisse gelingen Schlamm vortrefflich. Doch nicht zufrieden damit will er eine neue Theorie des Sozialismus aufstellen, die in Zukunft uns vor Niederlagen und Schwindel behüten soll. Da aber Schlamm durchaus kein Theoretiker und sogar sichtlich mit der Entwicklungsgeschichte des Sozialismus wenig bekannt ist, so kehrt er unter dem Anschein einer neuen Offenbarung ganz zum vormarxschen Sozialismus zurück, dazu indessen deutscher, das heißt rückständigsten, süßlichsten und widerlichsten Abart. Schlamm verzichtet auf die Dialektik, auf den Klassenkampf von der Diktatur des Proletariats gar nicht zu reden. Die Aufgabe der Umgestaltung der Gesellschaft läuft für ihn auf die Verwirklichung einiger ewiger Moralweisheiten hinaus, mit denen er die Menschheit bereits unter der kapitalistischen Ordnung zu füttern sich anschickt. In Kerenskys Zeitung Neues Russland, ein altes russisches Provinzblatt herausgegeben in Paris, wird Willi Schlamms Versuch, den Sozialismus mit einer Spritze sittlicher Lymphe zu retten, nicht nur mit Freude, sondern auch mit Stolz aufgenommen. Dem ganz richtigen Kommentar der Redaktion zufolge kommt Schlamm zu den Prinzipien des echtrussischen Sozialismus, der schon längst dem trockenen und engherzigen Klassenkampf die heiligen Grundsätze des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe gegenüberstellte. Zwar stellt die Originaldoktrin der russischen Sozialrevolutionäre in ihren Prämissen nur eine Rückkehr zum Sozialismus des vormärzlichen Deutschland dar. Es wäre jedoch allzu ungerecht, von Kerensky eine nähere Bekanntschaft mit der Ideengeschichte zu fordern als von Schlamm. Viel wichtiger ist der Umstand, dass der sich mit Schlamm solidarisierende Kerensky als Regierungsoberhaupt der Urheber der Verfolgungen gegen die Bolschewiki war. Das heißt, den gleichen Schwindel organisierte, gegen den Schlamm heute mottenzerfressene metaphysische Absoluta mobilisiert. Der psychologische Mechanismus der gedanklichen Reaktion Schlamms und seinesgleichen ist sehr einfach. Eine gewisse Zeit lang nahmen diese Leute an einer politischen Bewegung teil, die auf den Klassenkampf schwor und in Worten an die materialistische Dialektik appellierte. In Österreich wie in Deutschland endete die Sache mit einer Katastrophe. Schlamm zieht eine summarische Schlussfolgerung. Dahin haben uns Klassenkampf und Dialektik gebracht. Und da die Auswahl der Offenbarungen durch die geschichtliche Erfahrung und die persönlichen Kenntnisse beschränkt ist, stößt unser Reformator auf seiner Suche nach neuem, auf bereits längst beiseite geworfenen Trödelkram, den er tapfer nicht nur dem Bolschewismus, sondern auch dem Marxismus entgegenstellt. Auf den ersten Blick scheint die von Schlamm vertretene Abart der ideologischen Reaktion allzu primitiv, von Marx zu Kerensky, als dass es sich verlohnte, dabei zu verweilen. Allein tatsächlich ist sie ungemein lehrreich. Gerade dank ihrer Primitivität bildet sie ein allgemeines Kennzeichen aller anderen Reaktionsformen, vor allem derjenigen, die sich in dem summarischen Verzicht auf den Bolschewismus äußert. Im Bolschewismus fand der Marxismus seinen grandiosesten geschichtlichen Ausdruck. Unter dem Banner des Bolschewismus wurde der erste Sieg des Proletariats errungen und der erste Arbeiterstaat errichtet. Diese Tatsachen wird keine Kraft der Welt mehr aus der Geschichte streichen. Aber da die Oktoberrevolution im gegenwärtigen Stadium zum Triumph der Bürokratie geführt hat mit ihrem System der Unterdrückung, Raubherrschaft und Fälschung zur Diktatur der Lüge, wie Schlamm treffend sagt, so sind viele formale und oberflächliche Geister zu der summarischen Schlussfolgerung geneigt, man kann nicht gegen den Stalinismus kämpfen, ohne auf den Bolschewismus zu verzichten. Schlamm geht, wie wir bereits sahen, noch weiter. Der zum Stalinismus entartete Bolschewismus ist selbst aus dem Marxismus entstanden. Man kann folglich nicht den Stalinismus bekämpfen und dabei auf den Grundlagen des Marxismus bleiben. Die weniger konsequenten, aber zahlreicheren sagen hingegen, man muss vom Bolschewismus zum Marxismus zurückkehren. Auf welchem Wege? Zu welchem Marxismus? Bevor der Marxismus in der Form des Bolschewismus bankrott gemacht hat, erlitt er in der Form der Sozialdemokratie Schiffbruch. Die Losung zurück zum Marxismus bedeutet somit einen Sprung über die Epoche der zweiten und dritten Internationale hinweg, zur ersten Internationale, aber auch diese erlitt seinerzeit Schiffbruch. Es heißt also, letzten Endes zurückzukehren zu den gesammelten Schriften Marx und Engels. Diesen heroischen Sprung kann man machen, ohne sein Arbeitszimmer zu verlassen oder auch nur die Pantoffeln auszuziehen. Wie aber dann von unseren Klassikern, Marx starb 1883, Engels 1895, zu den Aufgaben der neuen Epoche gelangen und dabei einige Jahrzehnte theoretischen und politischen Kampfes umgehen, darunter den Bolschewismus und die Oktoberrevolution? Niemand von denen, die Verzicht auf den Bolschewismus als eine historisch bankrotte Strömung vorschlagen, hat neue Wege gewiesen. Die Sache läuft somit auf einen einfachen Ratschlag hinaus, das Kapital zu studieren. Dagegen ist nichts einzuwenden, aber das Kapital haben auch die Bolschewiki studiert und dabei gar nicht schlecht. Das hat jedoch die Entartung des Sowjetstaats und die Inszenierung der Moskauer Prozesse nicht verhindert. Ist der Bolschewismus für den Stalinismus verantwortlich? Ist es jedoch wahr, dass der Stalinismus ein gesetzmäßiges Produkt des Bolschewismus ist, wie es die gesamte Reaktion annimmt, wie es Stalin selbst behauptet und wie es die Menschewiki, Anarchisten und gewisse linke Doktrinäre, die sich für Marxisten halten, meinen? Denn, wir haben es ja immer gesagt, sprechen sie, seit dem Verbot der anderen sozialistischen Parteien, der Unterdrückung der Anarchisten, seit der Aufrichtung der Bolschewiki-Diktatur in den Sowjets, konnte die Oktoberrevolution zu nichts anderem als zur Diktatur der Bürokratie führen. Der Stalinismus ist die Fortsetzung und zugleich der Bankrott des Leninismus. Der Fehler dieser Argumentation beginnt bei der schweigenden Gleichsetzung von Bolschewismus, Oktoberrevolution und Sowjetunion. Der historische Prozess, der im Kampfe feindlicher Kräfte besteht, wird hier durch eine Entwicklung des Bolschewismus im luftleeren Raum ersetzt. Indes ist der Bolschewismus nur eine politische Strömung, die zwar eng mit der Arbeiterschaft verknüpft, aber nicht einmal mit ihr identisch ist. Aber außer der Arbeiterklasse existieren in der UdSSR über 100 Millionen Bauern, verschiedenartigste Völkerschaften, ein Erbe von Unterdrückung, Armut und Unbildung. Der von den Bolschewiki errichtete Staat spiegelt nicht nur das Denken und Wollen des Bolschewismus wider, sondern auch das Kulturniveau des Landes, die soziale Zusammensetzung der Bevölkerung, den Druck der barbarischen Vergangenheit und des nicht weniger barbarischen Weltimperialismus, den Entartungsprozess des Sowjetstaates als eine Evolution des reinen Bolschewismus darstellen, heißt die soziale Wirklichkeit ignorieren namens eines einzigen logischen von ihr abgesonderten Elementes. Es genügt eigentlich, diesen elementaren Fehler beim Namen zu nennen, damit von ihm keine Spur mehr übrig bleibt. Der Bolschewismus selbst jedenfalls identifizierte sich nie mit der Oktoberrevolution noch mit dem aus ihr hervorgegangenen Sowjetstaat. Der Bolschewismus betrachtete sich als einen Faktor der Geschichte, ihren bewussten Faktor, einen sehr bedeutenden, aber nicht entscheidenden. Historischen Subjektivismus haben wir uns nie schuldig gemacht. Den entscheidenden Faktor auf dem gegebenen Fundament der Produktivkräfte sahen wir im Klassenkampf, dabei nicht bloß im nationalen, sondern im internationalen Maßstab. Als die Bolschewiki an die Besitzertendenzen der Bauern Zugeständnisse machten, strenge Regeln für die Aufnahme in die Partei aufstellten, diese Partei von fremden Elementen säuberten, andere Parteien verboten, die NEP einführten, zur Übergabe von Betrieben in Konzessionen Zufluchtnahmen oder diplomatische Abkommen mit imperialistischen Regierungen trafen, zogen sie, die Bolschewiki, Teilschlüsse aus der Grundtatsache, die ihnen von Anfang an klar war, nämlich, dass die Machteroberung, so wichtig sie an sich auch sei, die Partei durchaus nicht zum allmächtigen Herrn des historischen Prozesses macht. Mit der Herrschaft über den Staat besitzt die Partei allerdings die Möglichkeit, mit einer ihr bis dahin nicht zugänglichen Kraft auf die Entwicklung der Gesellschaft einzuwirken. Dafür aber unterliegt sie auch selbst einer verzehnfachten Einwirkung von Seiten aller übrigen Elemente dieser Gesellschaft. Durch die direkten Schläge der feindlichen Kräfte kann sie von der Macht hinweg gefegt werden. Bei langwierigem Entwicklungstempi kann sie sich an der Macht haltend innerlich entarten. Gerade diese Dialektik des historischen Prozesses verstehen die sektiererischen Resonöre nicht, die in der Fäulnis der Stalin-Bürokratie ein vernichtendes Argument gegen den Bolschewismus finden wollen. Im Grunde sagen diese Herren, schlecht ist die revolutionäre Partei, die nicht in sich die Garantie gegen ihre eigene Entartung enthält. Angesichts eines derartigen Kriteriums ist der Bolschewismus natürlich gerichtet. Einen Talisman hat er nicht. Doch dies Kriterium ist selbst falsch. Das wissenschaftliche Denken verlangt eine konkrete Analyse, wie und warum zersetzt sich die Partei. Niemand außer den Bolschewiki selbst hat bisher eine solche Analyse gegeben. Diese aber brauchten deswegen nicht mit dem Bolschewismus zu brechen. Im Gegenteil, in ihrem Arsenal fanden sie alles Notwendige, um sein Schicksal zu erklären. Die Schlussfolgerung, zu der sie gelangten, lautet Natürlich ist der Stalinismus aus dem Bolschewismus erwachsen, aber nicht logisch erwachsen, sondern dialektisch. Nicht als revolutionäre Bejahung, sondern als termidorianische Verneinung. Das ist durchaus nicht ein und dasselbe. Die Grundprognose des Bolschewismus Allein, die Bolschewiki mussten nicht erst die Moskauer Prozesse abwarten, um nachträglich die Ursachen für die Zersetzung der herrschenden Partei der UdSSR zu erklären. Sie sahen lange vorher die theoretische Möglichkeit einer solchen Entwicklungsvariante und sprachen bei Zeiten davon. Erinnern wir uns an die Prognose, die die Bolschewiki nicht nur am Vorabend der Oktoberrevolution, sondern schon einige Jahre vorher aufstellten. Die besondere Kräftegruppierung im nationalen und internationalen Maßstab führt dazu, dass das Proletariat in einem so rückständigen Land wie Russland zuerst an die Macht gelangen kann. Doch eben diese Kräftegruppierung lässt auch im Voraus erkennen, dass ohne einen mehr oder wenigen baldigen Sieg des Proletariats in den fortgeschrittenen Ländern ein Arbeiterstaat in Russland nicht standhalten wird. Das auf sich selbst angewiesene Sowjetregime wird zerfallen oder entarten. Genauer, zuerst entarten, dann zerfallen. Ich persönlich habe mehr als einmal darüber geschrieben, bereits seit 1905. In meiner Geschichte der russischen Revolution sind diesbezügliche Aussprüche der Führer des Bolschewismus von 1917 bis 1923 gesammelt. Alle laufen auf eines hinaus. Ohne Revolution im Westen wird der Bolschewismus liquidiert werden. Entweder von der inneren Konterrevolution oder durch Intervention von außen oder durch beides zusammen. Lenin insbesondere hat oft darauf hingewiesen, dass die Bürokratisierung des Sowjetregimes keine technische oder organisatorische Frage ist, sondern der mögliche Beginn einer sozialen Entartung des Arbeiterstaats. Auf dem 11. Parteikongress vom März 1922 sprach Lenin über die Unterstützung, welche gewisse bürgerliche Politiker, im Besonderen der liberale Professor Ustrialov, seit der Zeit der NEP Russland angedeihen zu lassen, beschlossen. Ich bin für die Unterstützung der Sowjetmacht in Russland, sagte Ustrialov, weil sie den Weg betreten hat, auf dem sie zu einer gewöhnlichen bürgerlichen Macht hingleiten wird. Die zynische Stimme des Feindes zieht Lenin dem süßlichen kommunistischen Geschwätz vor. Mit strenger Nüchternheit warnt er die Partei vor der Gefahr. Die Dinge, von denen Ustrialov spricht, sind möglich, das muss man klar sagen. Die Geschichte kennt Wendungen aller Arten. Sich auf Überzeugungen, Ergebenheit und andere vorzügliche Seeleneigenschaften verlassen, ist in der Politik durchaus keine ernste Sache. Die vorzüglichen Seeleneigenschaften haben eine kleine Anzahl Leute, aber das historische Endergebnis bestimmen die gigantischen Massen, die, wenn die geringe Anzahl Leute ihnen nicht entgegenkommt, zuweilen mit dieser geringen Anzahl Leute nicht allzu höflich verfahren. Soweit Lenin. Es kommt vor, dass ein Volk ein anderes Volk besiegt, fuhr Lenin auf demselben Kongress fort, dem letzten, der mit seiner Teilnahme stattfand. Das ist sehr einfach und allen verständlich. Aber was geschieht mit der Kultur der Völker? Das ist nicht so einfach. Ist das Siegervolk dem besiegten Volk kulturell überlegen, so zwingt es ihm seine Kultur auf. Ist es aber umgekehrt, so pflegt der Besiegte dem Sieger seine Kultur aufzuzwingen. Ist nicht etwas ähnliches in der Hauptstadt der russischen Föderation sozialistischer Republiken geschehen und ergab es sich nicht dort, dass 700 Kommunisten, fast eine ganze Division und die allerbesten von allen, der fremden Kultur unterlagen? Das wurde von Lenin Anfang 1922 gesagt und zwar nicht zum ersten Mal. Die Geschichte wird nicht von wenigen, wenn auch allerbesten Menschen gemacht, noch weniger diese Besten können im Geiste der Fremden, d.h. der bürgerlichen Kultur, entarten. Nicht nur kann der Sowjetstaat vom sozialistischen Wege abgehen, sondern auch die bolschewistische Partei unter ungünstigen historischen Bedingungen ihren Bolschewismus einbüßen. Aus dem deutlichen Verständnis dieser Gefahr entstand die linke Opposition, die sich endgültig im Jahre 1923 bildete. Tag aus, Tag ein die Entartungssymptome registrierend, trachtete sie dem heranrückenden Termidor, den bewussten Willen der proletarischen Avantgarde gegenüberzustellen. Allein dieser subjektive Faktor erwies sich als unzureichend. Die gigantischen Massen, die nach Lenin den Ausgang des Kampfes bestimmen, wurden der inneren Entbehrung und des zu langen Wartens auf die Weltrevolution müde. Die Massen verloren den Mut. Die Bürokratie bekam die Oberhand. Sie tröstete die proletarische Avantgarde, trat den Marxismus mit Füßen, prostituierte die bolschewistische Partei. Der Stalinismus siegte. In Gestalt der linken Opposition brach der Bolschewismus mit der Sowjetbürokratie und ihrer Kommentären. Das ist der wirkliche Gang der Entwicklung. Freilich, im formellen Sinne ist der Stalinismus aus dem Bolschewismus hervorgegangen. Die Moskauer Bürokratie fährt auch heute noch fort, sich bolschewistische Partei zu nennen. Sie benutzt einfach die alte Banderole des Bolschewismus, um besser die Massen zu betrügen. Umso kläglicher sind die Theoretiker, die die Schale für den Kern Schein für Wesen nehmen. Indem sie Stalinismus und Bolschewismus gleichsetzen, leisten sie den Termidorianern den besten Dienst und spielen so eine wissentlich reaktionäre Rolle. Bei Entfernung aller anderen Parteien vom politischen Schauplatz müssen die entgegengesetzten Interessen und Tendenzen der verschiedenen Bevölkerungsschichten in dem einen oder anderen gerade in der herrschenden Partei zum Ausdruck kommen. In dem Maße, wie der politische Schwerpunkt sich von der proletarischen Avantgarde zur Bürokratie verschob, wandelte sich die Partei sowohl der sozialen Zusammensetzung wie der Ideologie nach. Infolge des ungestümen Verlaufs der Entwicklung erlitt sie in den letzten 15 Jahren eine sehr viel radikalere Entartung als die Sozialdemokratie während eines halben Jahrhunderts. Die heutige Säuberung zieht zwischen Bolschewismus und Stalinismus nicht bloß einen blutigen Strich, sondern einen ganzen Strom von Blut. Die Ausrottung der gesamten alten Generation der Bolschewiki, eines erheblichen Teils der mittleren Generation, die am Bürgerkrieg teilgenommen hatte und jenes Teiles der Jugend, der die bolschewistischen Traditionen ernster aufnahm, beweist nicht nur die politische, sondern geradezu physische Unvereinbarkeit des Stalinismus und des Bolschewismus. Wie kann man dies nicht sehen? Stalinismus und Staatssozialismus Die Anarchisten ihrerseits wollen im Stalinismus ein organisches Produkt nicht nur des Bolschewismus und des Marxismus, sondern des Staatssozialismus überhaupt sehen. Sie sind einverstanden, die patriarchalische, bakunische Föderation der freien Gemeinden durch eine zeitgemäßere Föderation der freien Räte zu ersetzen. Aber sie sind nach wie vor gegen den zentralisierten Staat. In der Tat, der eine Zweig des staatlichen Marxismus, die Sozialdemokratie, wurde, als sie an die Macht kam, eine offene Agentur des Kapitals. Der andere erzeugte eine neue privilegierten Kaste. Es ist klar, die Quelle des Übels liegt im Staate. Unter einem breiten historischen Gesichtswinkel kann man in dieser Überlegung ein Korn Wahrheit finden. Der Staat als Zwangsapparat ist zweifellos eine Quelle politischer und moralischer Verseuchung. Das gilt, wie die Erfahrung zeigt, auch für den Arbeiterstaat. Man kann folglich sagen, der Stalinismus ist das Produkt eines Zustandes der Gesellschaft, wo diese es noch nicht vermochte, die Zwangsjacke des Staates abzustreifen. Doch diese These, die zur Beurteilung des Bolschewismus oder des Marxismus nichts liefert, kennzeichnet nur den allgemeinen Kulturstand der Menschheit und vor allem das Kräfteverhältnis zwischen Proletariat und Bourgeoisie. Nachdem wir uns mit den Anarchisten darüber geeinigt haben, dass der Staat, sogar der Arbeiterstaat, ein Erzeugnis der Klassenbarberei ist und dass die wahre menschliche Geschichte mit der Abschaffung des Staates beginnen wird, erhebt sich vor uns in all ihrer Macht die Frage, welche Wege und Methoden sind imstande, letzten Endes zur Abschaffung des Staates zu führen. Die jüngste Erfahrung bezeugt, dass es jedenfalls nicht die Methoden des Anarchismus sind. Die Führer des Spanischen Arbeiterbundes CNT, der einzigen bedeutenden anarchistischen Organisation auf der Erde, wurden in der kritischen Stunde bürgerliche Minister. Ihren offenen Verrat an der Theorie des Anarchismus erklären sie mit dem Druck außerordentlicher Umstände. Aber hatten nicht etwa seinerzeit die Führer der deutschen Sozialdemokratie dasselbe Argument angeführt? Natürlich, der Bürgerkrieg ist kein friedlicher, kein gewöhnlicher, sondern ein außerordentlicher Umstand. Doch gerade auf diese außerordentlichen Umstände bereitet sich jede ernste revolutionäre Organisation vor. Die Erfahrung Spaniens bewies nochmals, dass man in unter normalen Umständen mit Erlaubnis des bürgerlichen Staates herausgegebenen Büchern den Staat verneinen kann, dass aber die Bedingungen der Revolution keinen Raum für die Verneinung des Staates lassen, sondern im Gegenteil die Eroberung des Staates verlangen. Wir gedenken den spanischen Anarchisten durchaus nicht vorzuwerfen, nicht mit einem Federstreich den Staat liquidiert zu haben. Die revolutionäre Partei ist, selbst wenn sie die Macht erobert hat, wozu die spanischen Anarchistenführer trotz des Heldentums der anarchistischen Arbeiter nicht imstande waren, durchaus noch nicht der allmächtige Herr der Gesellschaft. Doch umso unerbittlicher klagen wir die anarchistische Theorie an, die für friedliche Zeiten ganz tauglich schien, aber auf die man verzichten muss, sobald die außerordentlichen Umstände der Revolution eintreten. In der alten Zeit begegnete man Generälen, wahrscheinlich begegnet man ihnen auch heute noch, die meinten, am schädlichsten für die Armee sei der Krieg. Kaum besser sind die Revolutionäre, die da klagen, die Revolution zerstöre ihre Doktrin. Die Marxisten sind sich mit den Anarchisten bezüglich des Endzieles, der Liquidierung des Staates vollkommen einig. Der Marxismus bleibt staatlich nur, soweit die Liquidierung des Staates nicht vermittelt, der einfachen Ignorierung des Staates erreicht werden kann. Die Erfahrung des Stalinismus widerlegt nicht die Lehre des Marxismus, sondern bestätigt sie auf umgekehrte Weise. Die revolutionäre Doktrin, die das Proletariat lehrt, sich in einer Lage richtig zu orientieren und sie aktiv auszunutzen, enthält selbstverständlich keine automatische Siegesgarantie. Doch dafür ist der Sieg nur mithilfe dieser Doktrin möglich. Diesen Sieg darf man sich außerdem nicht als einmaligen Akt vorstellen. Es gilt die Frage in der Perspektive einer großen Epoche zu fassen. Der erste Arbeiterstaat, auf niedriger wirtschaftlicher Grundlage und vom Imperialismus umkreist, verwandelte sich in die Gendarmerie des Stalinismus. Doch der wirkliche Bolschewismus erklärte dieser Gendarmerie den Kampf auf Leben und Tod. Um sich zu halten, ist der Stalinismus gezwungen, heute geradezu einen Bürgerkrieg gegen den Bolschewismus zu führen, unter dem Namen des Trotzkismus, nicht nur in der UdSSR, sondern auch in Spanien. Die alte bolschewistische Partei ist tot, aber der Bolschewismus erhebt überall seinen Kopf. Den Stalinismus aus dem Bolschewismus oder aus dem Marxismus ableiten ist ganz dasselbe wie im breiteren Sinne die Konterrevolution aus der Revolution abzuleiten. Nach dieser Schablone bewegte sich stets das liberal-konservative und später das reformistische Denken. Die Revolution hat Kraft der Klassenstruktur der Gesellschaft stets die Konterrevolution erzeugt. Beweist das nicht, fragt der Resonor, dass die revolutionäre Methode irgendeinen inneren Fehler hat? Weder die Liberalen noch die Reformisten haben jedoch bisher haushälterische Methoden zu entdecken verstanden. Aber ist es nicht leicht, in Wirklichkeit den lebendigen historischen Prozess zu rationalisieren? So ist es dagegen gar nicht schwer, den Wechsel seiner Wellen rationalistisch zu deuten, logisch den Stalinismus aus dem Staatssozialismus, den Faschismus aus dem Marxismus, die Reaktion aus der Revolution, mit einem Wort die Antithesis aus der These herzuleiten. Auf diesem Gebiet, wie auch vielen anderen, ist das anarchistische Denken der Gefangene des liberalen Rationalismus. Das echte revolutionäre Denken ist unmöglich ohne Dialektik. Die politischen Sünden des Bolschewismus als Quelle des Stalinismus Die Argumentation der Rationalisten nimmt zuweilen wenigstens äußerlich konkreteren Charakter an. Den Stalinismus leiten sie nicht aus dem Bolschewismus in seiner Gesamtheit, sondern aus seinen politischen Sünden ab. Einer der deutlichsten Vertreter dieses Typus des Denkens ist der französische Autor eines Buches über Stalin, Souveris. Tatsachen und dokumentenmäßig stellen Souverins Arbeiten eine lange und gewissenhafte Forschung dar. Jedoch die Geschichtsphilosophie des Verfassers überrascht durch ihre Vulgarität. Zwecks Erklärung allen folgenden historischen Unheils sucht er nach den dem Bolschewismus innewohnenden Fehlern. Der Einfluss der realen Bedingungen des geschichtlichen Prozesses auf den Bolschewismus existiert für ihn nicht. Selbst Hippolytain mit seiner Theorie des Milieu stand Marx näher als Souveris. Die Bolschewiki, sagen uns Gorter, Pannecock, einige deutsche Spartakisten usw. vertauschten die Diktatur des Proletariats gegen eine Diktatur der Partei. Stalin vertauschte die Diktatur der Partei gegen die Diktatur der Bürokratie. Die Bolschewiki vernichteten alle Parteien außer ihrer eigenen. Stalin erstickte die bolschewistische Partei im Interesse der bonapartistischen Clique. Die Bolschewiki machten Kompromisse mit der Bourgeoisie. Stalin wurde ihr Bundesgenosse und ihre Stütze. Die Bolschewiki anerkannten die Notwendigkeit, an den alten Gewerkschaften und am bürgerlichen Parlament teilzunehmen. Stalin befreundete sich mit der Gewerkschaftsbürokratie und mit der bürgerlichen Demokratie. Derlei Gegenüberstellungen kann man anführen, so viel man will. Trotz ihrer äußerlichen Schlagkraft sind sie vollkommen leer. Das Proletariat kann nicht anders an die Macht gelangen als in der Person seiner Avantgarde. Schon die Notwendigkeit einer Staatsmacht selbst entspringt aus dem ungenügenden Kulturniveau der Massen und aus ihrer Verschiedenförmigkeit. In der zur Partei organisierten revolutionären Avantgarde kristallisiert sich das Freiheitsstreben der Massen. Ohne Vertrauen der Klasse zur Avantgarde, ohne Unterstützung der Avantgarde durch die Klasse kann von Machteroberung keine Rede sein. In diesem Sinne sind die proletarische Revolution und die Diktatur Sache der gesamten Klasse, aber nicht anders als Unterführung der Avantgarde. Die Sowjets sind nur die organisierte Form der Verbindung zwischen Avantgarde und Klasse. Dieser Form einen revolutionären Inhalt geben kann nur die Partei. Das ist durch die positive Erfahrung der Oktoberrevolution und durch die negative Erfahrung anderer Länder, Deutschland, Österreich, schließlich Spanien, bewiesen. Niemand hat nicht nur praktisch gezeigt, sondern auch nur versucht, auf dem Papier artikuliert zu erklären, wie das Proletariat die Macht ohne politische Führung durch eine Partei, die weiß, was sie will, erobern könne. Wenn diese Partei die Sowjets politisch ihrer Führung unterwirft, so ändert diese Tatsache an sich ebenso wenig am Sowjetsystem, wie die Herrschaft der konservativen Mehrheit nichts am System des britischen Parlamentarismus ändert. Was das Verbot der anderen Sowjetparteien betrifft, so entsprang es jedenfalls nicht aus der Theorie des Bolschewismus, sondern war eine Maßnahme zum Schutz der Diktatur in einem rückständigen und erschöpften, von allen Seiten von Feinden umgebenen Land. Den Bolschewiki war es von Anfang an klar, dass diese Maßnahme, die später durch das Verbot von Fraktionen innerhalb der herrschenden Partei selbst ergänzt wurde, eine gewaltige Gefahr ankündigte. Jedoch die Quelle der Gefahr lag nicht in der Doktrin oder Taktik, sondern in der materiellen Schwäche der Diktatur, in den Schwierigkeiten der Inneren und der Weltlage. Hätte die Revolution auch nur in Deutschland gesiegt, das Erfordernis, die anderen Sowjetparteien zu verbieten, wäre sofort hinfällig geworden. Dass die Herrschaft einer einzigen Partei juridisch zum Ausgangspunkt für das stalinische totalitäre System diente, ist ganz unbestreitbar. Aber die Ursache dieser Entwicklung liegt nicht im Verbot der anderen Parteien als einer zeitweiligen Kriegsmaßnahme, sondern in der Niederlagenreihe des Proletariats in Europa und Asien. Dasselbe gilt für den Kampf gegen den Anarchismus. In der heroischen Epoche der Revolution marschierten die Bolschewiki mit den wirklich revolutionären Anarchisten Arm in Arm. Viele von ihnen sog die Partei in ihre Reihen auf. Der Verfasser dieser Zeilen erörterte häufig mit Lenin die Frage, ob es nicht möglich sei, den Anarchisten gewisse Gebietsteile zu überlassen, damit sie im Einverständnis mit der betreffenden Bevölkerung mit ihrer Staatslosigkeit die Probe aufs Exempel machen. Doch die Bedingungen des Bürgerkrieges, der Blockade und des Hungers ließen zu wenig Raum für dergleichen Pläne. Der Kronstädter Aufstand? Aber die revolutionäre Regierung konnte selbstverständlich nicht den aufständischen Matrosen eine die Hauptstadt beschirmende Festung schenken, nur weil sich der reaktionären Bauern- und Soldatenmeuterei einige fragwürdige Anarchisten angeschlossen hatten. Die konkrete historische Analyse der Ereignisse lässt keinen heilen Fleck an den Legenden, die Unwissenheit und Sentimentalität um Kronstadt, Machno und andere Episoden der Revolution geflochten haben. Es bleibt nur die Tatsache, dass die Bolschewiki von Anfang an nicht nur Überzeugung, sondern auch Zwang anwandten, häufig von der schärfsten Art. Unbestreitbar ist auch, dass die aus der Revolution erwachsene Bürokratie dann das Zwangssystem in ihren Händen monopolisierte. Jede Entwicklungsetappe, selbst wenn es sich um so katastrophenartige Etappen handelt wie die Revolution und Konterrevolution, ergibt sich aus der vorhergehenden Etappe, wurzelt in ihr und trägt davon gewisse Züge. Die Liberalen, einschließlich des Paares Webb, behaupteten stets, die bolschewistische Diktatur stelle nur eine Neuausgabe des Zarismus dar. Sie verschlossen dabei die Augen vor solchen Kleinigkeiten wie die Abschaffung der Monarchie und der Stände, die Übergabe des Bodens an die Bauern, die Enteignung des Kapitals, die Einführung der Planwirtschaft, die atheistische Erziehung und so weiter. Ganz ebenso verschließt das liberal-anarchistische Denken die Augen davor, dass die bolschewistische Revolution mit all ihren Unterdrückungsmaßnahmen eine Umwälzung der sozialen Verhältnisse im Interesse der Massen bedeutete, während Stalins termidorianische Umwälzung mit dem Umbau der Sowjetgesellschaft im Interesse einer privilegierten Minderheit einhergeht. Es ist also klar, dass in den Gleichsetzungen des Stalinismus mit dem Bolschewismus nicht die Spur eines sozialistischen Kriteriums enthalten ist. Fragen der Theorie Einer der wichtigsten Züge des Bolschewismus ist sein strenges und anspruchsvolles, ja nörgelndes Verhalten zu den Fragen der Doktrin. Lenins 26 Bände werden auf immer da das Muster höchster theoretischer Gewissenhaftigkeit bleiben. Ohne diese seine Grundeigenschaft würde der Bolschewismus nie seine historische Rolle erfüllt haben. Das direkte Gegenteil davon ist auch in dieser Beziehung der grobe und ungebildete durch und durch empirische Stalinismus. Bereits vor mehr als zehn Jahren erklärte die Opposition in ihrer Plattform, Zitat, Seit Lenins Tod wurden eine ganze Reihe neuer Theorien geschaffen, deren einziger Sinn ist, theoretisch das Abgleiten der Stalin-Gruppe vom Wege der internationalen proletarischen Revolution zu rechtfertigen. Zitat Ende Vor einigen Tagen erst schrieb der amerikanische Sozialist Listen Oak, der an der spanischen Revolution engen Anteil genommen hat, Zitat, in Wirklichkeit sind die Stalinisten jetzt die äußersten Revisionisten Marx und Lenins. Bernstein hat auch nicht halb so weit zu gehen gewagt wie Stalin in der Revision Marx. Zitat Ende Das ist ganz wichtig. Man muss nur hinzufügen, dass Bernstein wirklich theoretische Bedürfnisse hatte. Er versuchte redlich die reformistische Praxis der Sozialdemokratie mit ihrem Programm in Einklang zu bringen. Die Stalin-Bürokratie aber hat nicht nur nichts mit dem Marxismus gemein, sondern ihr ist überhaupt jegliche Doktrin oder jegliches System fremd. Ihre Ideologie ist ganz und gar von einem Polizeisubjektivismus durchdrungen, ihre Praxis vom Empirismus der nackten Gewalt. Dem eigentlichen Wesen ihrer Interessen gemäß ist die Usurpatorenkaste ein Feind der Theorie. Sie kann weder vor sich noch anderen ihre soziale Rolle verantworten. Stalin revidiert Marx und Lenin nicht mit der Feder der Theoretiker, sondern mit den Stiefeln der GPU. Fragen der Moral Über die Amoral des Bolschewismus beschweren sich gewöhnlich besonders die hochnäsigen Nullitäten, denen der Bolschewismus die billigen Masken abgerissen hat. Kleinbürgerliche, intellektuelle, demokratische, sozialistische, literarische, parlamentarische und andere Kreise haben ihre konventionellen Werte oder ihre konventionelle Sprache zwecks Verbergung des Fehlens jeglicher Werte. Diese breite und buntschäckige Gesellschaft für gegenseitige Hillerei, Leben und Leben lassen, verträgt ganz und gar nicht die Berührung der marxistischen Lanzette auf ihrer empfindlichen Haut. Die zwischen den verschiedenen Lagern hin und her pendelnden Theoretiker, Schriftsteller und Moralisten waren und sind der Meinung, dass die Bolschewiki absichtlich die Meinungsverschiedenheiten übertreiben, zu loyaler Zusammenarbeit außerstande sind und durch ihre Intrigen die Einheit der Arbeiterbewegung stören. Dem empfindlichen und übelnehmenden Zentristen schien es vor allem immer, dass die Bolschewiki ihn verleumden, nur weil sie seine eigenen halben Gedanken bis zu Ende führten. Er selbst ist dazu ganz unfähig. Indessen ist nur die kostbare Eigenschaft, Unduldsamkeit gegen jede Halbheit und jedes Ausweichen imstande, die revolutionäre Partei zu erziehen, die sich von keinen außerordentlichen Umständen überrumpeln lässt. Die Moral einer jeden Partei entspringt letzten Endes aus den historischen Interessen, die sie vertritt. Die Moral des Bolschewismus, welche die Selbstverleugnung, Uneigennützigkeit, Mut, Verachtung für allen Flitter und Trug, die besten Eigenschaften der menschlichen Natur enthält, entspringt aus der revolutionären Unversöhnlichkeit im Dienste der Unterdrückten. Die Stalin-Bürokratie imitiert auch auf diesem Gebiet die Worte und Gesten des Bolschewismus. Wo aber Unversöhnlichkeit und Unbeugsamkeit mit dem Polizeiapparat verwirklicht werden, der im Dienste einer privilegierten Minderheit steht, dort werden sie zu einer Quelle der Demoralisierung und des Gangsterismus. Nicht anders als mit Verachtung kann man die Herren behandeln, die den revolutionären Heroismus der Bolschewiki mit dem bürokratischen Zynismus der Termidorianer gleichsetzen. Und auch heute noch zieht es, trotz den dramatischen Tatsachen der letzten Periode, der Durchschnittsspießer vorzumeinen, im Kampfe zwischen dem Bolschewismus und dem Stalinismus handele es sich um Zusammenstöße persönlicher Ambitionen oder bestenfalls um einen Kampf zweier Schattierungen des Bolschewismus. Den gröbsten Ausdruck verlieh dieser Ansicht Norman Thomas, der Führer der amerikanischen sozialistischen Partei. Es gibt wenig Grund zu glauben, schreibt er, Socialist Review September 1937, dass wenn Trotsky statt Stalin gewonnen hätte, es mit den Intrigen, Verschwörungen und dem Schreckensregime in Russland zu Ende wäre. Und dieser Mensch hält sich für einen Marxisten. Mit demselben Recht könnte man sagen, es gibt wenig Grund zu glauben, dass wenn statt Pius der 25. Norman I. auf den römischen Stuhl erhoben worden wäre, die katholische Kirche sich in ein Bollwerk des Sozialismus verwandelt haben würde. Thomas begreift nicht, dass es sich nicht um ein Match zwischen Stalin und Trotsky, sondern um den Antagonismus zwischen Bürokratie und Proletariat handelt. Allerdings ist in der UdSSR die herrschende Schicht auch heute noch gezwungen, sich dem nicht vollkommen liquidierten Erbe der Revolution anzupassen, dabei gleichzeitig durch direkten Bürgerkrieg, blutige Säuberung, Massenausrottung der Unzufriedenen, einen Wechsel des sozialen Regimes vorbereitend. Aber in Spanien tritt die Stalin-Klicke bereits heute offen als Schutzwehr der bürgerlichen Ordnung gegen den Sozialismus auf. Der Kampf gegen die bonapartistische Bürokratie verwandelt sich vor unseren Augen in Klassenkampf. Zwei Welten, zwei Programme, zweierlei Moral. Wenn Thomas glaubt, der Sieg des sozialistischen Proletariats über die niederträchtige Vergewaltigerkaste werde das Sowjetregime nicht politisch und moralisch regenerieren, so zeigt er damit nur, dass er trotz all seinen Vorbehalten, Schweifwedeleien und frommen Seufzern der Stalin-Bürokratie viel näher steht als den Arbeitern. Wie alle anderen, die den Bolschewismus der Amoral zeihen, hat sich Thomas einfach nicht bis zur revolutionären Moral erhoben. Für die Linken, die den Versuch machten, zum Marxismus unter Umgehung des Bolschewismus zurückzukehren, lief die Sache gewöhnlich auf einzelne Allheilmittel hinaus. Boykott der alten Gewerkschaften, Boykott des Parlaments, Schaffung echter Sowjets. All das konnte im Fieber der ersten Tage nach dem Krieg außerordentlich tief erscheinen. Aber heute, im Lichte der gemachten Erfahrung, haben diese Kinderkrankheiten sogar als Kuriosa ihr Interesse verloren. Die Holländer, Gorta und Pannecuk, einige deutsche Spartakisten, die italienischen Bordigisten erklärten sich unabhängig vom Bolschewismus nur, weil sie, einen seiner Züge künstlich übertrieben, seinen anderen Zügen gegenüberstellten. Von diesen linken Tendenzen blieb nichts übrig, weder praktisch noch theoretisch. Ein indirekter, aber wichtiger Beweis dafür, dass der Bolschewismus für unsere Epoche die einzige Form des Marxismus ist. Die bolschewistische Partei bewies in der Tat eine Paarung höchster revolutionärer Kühnheit mit politischem Realismus. Sie zeigte in der Erfahrung, dass das Bündnis des Proletariats mit den unterdrückten Massen des ländlichen und städtischen Kleinbürgertums nur möglich ist durch politische Stürzung der traditionellen Parteien des Kleinbürgertums. Die bolschewistische Partei zeigte der gesamten Welt, wie man einen bewaffneten Aufstand durchführt und die Macht ergreift. Die, da der Parteidiktatur eine Abstraktion von Sowjets gegenüberstellen, sollten begreifen, dass die Sowjets nur dank der Führung der Bolschewiki sich aus dem reformistischen Sumpf auf das Niveau einer Staatsform des Proletariats erhoben. Die bolschewistische Partei verwirklichte eine richtige Paarung der Kriegskunst mit marxistischer Politik im Bürgerkrieg. Selbst wenn es der Stalin-Bürokratie gelänge, die wirtschaftlichen Grundlagen der neuen Gesellschaft zu zerstören, die unter Führung der bolschewistischen Partei gemachte Planwirtschaftserfahrung wird für immer in die Geschichte eingehen, als eine der größten Schulen für die gesamte Menschheit. All das können nur Sektierer nicht sehen, die, gekränkt über die erhaltenen blauen Flecken, dem historischen Prozess den Rücken kehren. Doch das ist nicht alles. Die bolschewistische Partei konnte ein so grandioses, praktisches Werk nur deshalb leisten, weil sie jeden ihrer Schritte mit der Theorie beleuchtete. Der Bolschewismus hat diese nicht geschaffen. Der Marxismus gab sie. Aber der Marxismus ist eine Theorie der Bewegung, nicht des Stillstandes. Nur Aktionen grandiosen geschichtlichen Ausmaßes konnten die Theorie selbst bereichern. Der Bolschewismus lieferte einen wertvollen Beitrag zum Marxismus durch seine Analyse der imperialistischen Epoche als einer Epoche von Kriegen und Revolutionen, der bürgerlichen Demokratie in der Epoche des faulenden Kapitalismus, des Verhältnisses zwischen Generalstreik und Aufstand, der Rolle der Partei, der Sowjets und der Gewerkschaften in der Epoche der proletarischen Revolution, durch seine Theorie des Sowjetstaats, der Übergangswirtschaft, des Faschismus und Bonapartismus in der Epoche des kapitalistischen Verfalls, schließlich durch die Analyse der Bedingungen für die Entartung der bolschewistischen Partei und des Sowjetstaats selber. Möge man eine andere Strömung nennen, die den Schlussfolgerungen und Verallgemeinerungen des Bolschewismus etwas Wesentliches hinzuzufügen hätte. Van der Velde, De Bruckere, Hilferding, Otto Bauer, Leon Blum, Züromsky, von Major Atlee und Norman Thomas gar nicht zu reden, leben theoretisch von den abgestandenen Resten der Vergangenheit. Die Entartung der Kommentaren kommt am deutlichsten darin zum Ausdruck, dass sie theoretisch auf das Niveau der Zweiten Internationale herabgerutscht ist. Alle Arten von Zwischengruppen, die unabhängige Arbeiterpartei Großbritanniens, die PUM und dergleichen, passen jede Woche aufs Neue zufällige Auszüge aus Marx und Lenin ihren jeweiligen Bedürfnissen an. Von diesen Leuten haben die Arbeiter nichts zu lernen. Ernstes Verhalten zur Theorie? Zusammen mit der gesamten Tradition Marx und Lenins haben sich nur die Erbauer der vierten Internationale zu eigen gemacht. Mögen die Spießer darüber lächeln, dass über zwei Jahrzehnte nach dem Oktober-Sieg die Revolutionäre wieder auf die Position bescheidener propagandistischer Vorbereitung zurückgeworfen sind. Das Großkapital ist in dieser Frage wie in anderen viel scharfsichtiger als die kleinbürgerlichen Spießer, die sich für Sozialisten oder Kommunisten ausgeben. Nicht von ungefähr verschwindet die Frage der vierten Internationale nicht mehr aus den Spalten der Weltpresse. Das brennende historische Bedürfnis nach einer revolutionären Führung verspricht der vierten Internationale ein außergewöhnlich schnelles Wachstumstempo. Die wichtigste Garantie ihrer künftigen Erfolge ist der Umstand, dass sie nicht abseits vom großen historischen Weg entstand, sondern organisch aus dem Bolschewismus auf Wuchs.